Also du, das wäre so speichlich. Witzig, witzig. Mach's ja. Habe ich. Hab ich. Scheiße. Hab ich. Ja, sehr schön. Passt. Oh, ich dachte, der wäre zu hoch. Nice. Muss man auch erst mal so gerade treffen. So. Rasse da aus. Was? Hast du das gesehen? Gerade neu gespawnt, das wäre so unglücklich gewesen. Da hätte er ja gar nichts machen können. Schon irgendwie bitter. Aber leider hat's ja nicht. Macht er jetzt Quatsch? Hab ich. Oh, Punkte. Oh, Punkte. Das liegt auch immer. Ach, schade. Wie schade. Na, ich dachte, ich kann den... ...klauen den Ball. Er schafft den Ball ja weg. Okay. Na, also. Na, also. ... ... ... ... ich wieder zu offensichtlich nehmen aber er kommt aber gut schade fast zurück wenn du kannst du jederzeit machen wenn ich hinten bin habe ich mal über banne muss klauen ja warte da ja man das war Oh oh. Nice. Ja, schön. Ganz so. Ganz so. Ja. Habe ich. Sehr gut. Na, außen können Sie Ihren Scheiß ruhig machen, ne? Habe ich? That hurts. Oh. Angetäuscht? Habe ich. Ich habe kein Nix mehr in der Schweiße. Ja, ich habe kein Nix. Nehme ich, wenn du ihn lässt? Nein. Baupunkte? Nehme ich, wenn du ihn lässt? 3-10 nicht getan. Schade. So, jetzt können wir schon mal nicht mehr absteigen, also du auch nicht. Joost. Das ist schon mal gut. Am Ende doch noch, ne? Zurückgekämpft. Am Ende wieder hinaus wie vorher, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon Liga 3 war. Also bei mir ist es wie vorher. Obwohl 3 war ich, glaube ich, ja, war ich auf jeden Fall schon. Bei dir, weiß ich gar nicht. Glaub schon, mal kurz. Für ein Match vielleicht. Alles klar. Ich geh! Scheiße! Schieee! Biss! Biss! Da hätte er Mut verpasst. Hab ich! Scheiße! Oh, der kam auch noch gefährlich, du! Scheiße! Sehr gut! Ich muss sagen, das hat mir gefallen. Möchte ich mir nochmal angucken. Ich bin zweimal angetauscht. Was soll er mal machen? Ja? Scheiße! Ich hab's ja bald schon wieder. Habe ich! Oh, fuck! Nice! Mal gucken, was er macht. Habe ich! Entschuldigung! Du musst mich doch sehen! Du musst mich doch sehen! Ja! Gut! Hallo! herrlich gut kein lob von dir tut immer besonders gut ja der war wichtig ich bin jetzt nämlich wieder da ich geh kannst du hab ihn weggerahmt naja ich habe keinen hatte nur ein bisschen boost deswegen habe ich gewartet ja stark ab kein boost mehr auf ihn irgendwie weg ganz weit weg ins nirvana ich versuche hier irgendwie immer noch kein boost scheiße schön verteidigt schön verteidigt das war klasse war richtig schwierig schön geht nicht ja das hast du dir verdient hier mvp wir brauchen auch wirklich erst eine down phase bevor wir das stimmt okay ich könnte ja jetzt sagen mein auto wechsel hat für mich auch was gebracht wieso ist der pink schon wieder so scheiße jetzt ist wieder gut ne der ist immer anfangs irgendwie äh immer am ende vom match da wenn der da wieder rein kommt keine ahnung gut dann hau rein brian alles klar rein mach's gut tschau 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 tschau